Ich durfte bei den Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik im letzten Jahr in der ukrainischen Hauptstadt. Wer da ihre Ballübung gesehen hat, der war einfach gefangen. Und ich kann sagen, dass ich da als erwachsener Mann Pipi in den Augen hatte. Das war einfach wunderschön und ich war damit nicht alleine, das habe ich deutlich gesehen. Viktoria Masur aus der Ukraine. Aus der berühmten Derugina-Schule. Die Ukraine unter den absolut führenden Gymnastik-Nationen der Welt. Aber da passiert ein kleiner Geräteverlust. Der Wir sind Tanschschritte, würde ich sagen, perfekt umgesetzt. um diese Übung, unsere Vorgabe, die wir jetzt haben, natürlich. Und wenn da die Gymnastinnen insbesondere den Ball mal verloren haben,